Hallo und Willkommen zurück zu Dead Battlelight. Wie man sehen kann, ist zocken, oder wir zocken mit dem Ritter. Wir versuchen einfach mal auf gut Glück. Da ist natürlich niemand. Sehr schön. Okay, das sind's wohl alle dahinten. Ja, hä? Wie kommt denn hier wohl immer her? Du kannst, misch mal! Die haben schon den ersten Chen wieder durchgeprügelt. Das ist doch ein Witz, ey. Wirklich, du hast manchmal kaum... Du spielst manchmal kaum 20 Sekunden und der erste Chen ist durch. Ja! 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 Komm, ich bin gar nicht richtig zu reden, ey. Man ist manchmal gar nicht in den Paletten drin und kriegt die trotzdem einfach vor den Helm geknallt. Eigentlich totaler Schwachsinn. Wir rennen daher, weil die wir nämlich retten gehen. Geh! 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 Guck dich das an, wie schnell die weg sind, ne? Und dann heißt es eigentlich, die merken das gar nicht, wo man das langzieht, ne? Und dann haben sie schon den zweiten Gen durch, ey, das ist manchmal wirklich ein Witz, oder? Wie schnell die die Gens durchballern, so. Ich meine, vier Hooks, zwei Gens. Was soll man da am Ende manchmal machen, gell? Und ich denke nicht, dass das ein Team sein wird, die zusammengehören. Hat sie jetzt ganz cool gewartet und hat gedacht, die kriegt das jetzt gerockt, oder wie? Was soll man da am Ende? Keine Ahnung, was jetzt da ihre Mission gerade in dem Moment gewesen ist. Man weiß wirklich manchmal nicht, was für manchen Überlebenden die Mission sein soll. Oder was jetzt ihre Mission war? Ach, du warst das mit hartem Nehmen, ne? Hier, da drinnen läuft Önchen. Warte mal, wir können doch eigentlich schon dagegen treten. Das ist nur Räume der Taschen, aber wie cool ist das denn? Du versuchst das jetzt gar nicht mehr, Fräulein. Du versuchst das jetzt gar nicht mehr, Fräulein. Oh, der nächste tut. Oh, der nächste tut. Okay. Hier ist jemand. Hier ist jemand. Das ist immer noch was zum Nehmen, gell? Mal sehen, ob ich eine Taschenlampe kommt. Bitte schön. Ich lasse mal einfach hier. Okay, das ist vielleicht ja extrem schnell. Wird halt kein Shen machen. Das glaube ich nicht. Wer ist da hinten? Hm. Schade. Tja, dann hängst du jetzt zum ersten Mal. Dania. Schade, schade, schade. Okay, dann war's das wohl für die Runde. Außer die kann sich noch irgendwie befreien. Wenn sie sich befreien kann, dann darf sie raus. Wenn sie es nicht schafft, dann ja. Also versucht sie ja sogar noch. Hat's leider nicht geschafft. Okay, dann danke ich euch auf jeden Fall fürs Einschalten und fürs Zuschauen. Und dann würde ich auf jeden Fall sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, haut rein! Bis dahin, haut rein!